Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Tavern Master. So, wir haben in der letzten Folge hier den Henry. Der Koch kann nicht angeheuert werden, das ist kein Platz am Küchentresen. Das ist sehr schade, stimmt, da passen ja nur drei Mann hin. Aber dann müssen wir halt damit leben, die Forschung läuft auch vor sich. Und mir ist offeriert worden, Mensch Kollege, ja da baust du hier hinten so schön. Für die Reichen aus, ne und dann, ja. So, halt stopp, das ist natürlich falsch. Natürlich ist das hier richtig, bitte hier, hier Sitzplätze, den hübschen. Natürlich klatschen wir den da dann hin, dann machen wir den hier weg. Und dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht noch irgendwo, irgendwie, irgendwann, nein. Was wir allerdings tun können und das werden wir jetzt auch tun. So, wir werden hier spezial und dann werden wir uns hier eine, bitte drehe das. Und dann werden wir uns hier so eine, hier so eine Bar hinstellen. So werden wir das machen. Yo. Hau rein, oder? Machen wir, machen wir, komm. Was soll es? Da oben gibt es dann nur Wasser. Halt, was ist das hier? Was ist das? Nein, so, so rum muss das, so rum, so rum ist das richtig. Dann machen wir den hier, dann gibt es da nur Wasser und dann können wir, wir könnten uns, aber wir werden nicht. Wir werden das hier nochmal drehen, dann werden wir eine Etage nach unten gehen und dann werden wir den nächsten Tag beginnen. Da kommen die Abenteurer eingelaufen, irgendjemand ist aufgestiegen oder auch nicht. Das heißt hier anheuern, warum? Ja, wir können Barkeeper anheuern, ist klar, weil wir ja da oben jetzt noch eine Bar haben, aber ehrlich, hey, nicht für Wasser, ne? Ganz ehrlich, nicht für Wasser, 30, 7, 9. Nein, wir könnten, wenn wir denn, aber wir wollen jetzt gerade nicht. So. Wir können da oben, Küche können wir keinen, also müssen wir da auch noch warten. Dann haben wir das hier. Da kommt dann das, okay. Schammtisch am Dienstag gibt es nicht mehr und wir müssen hier hinten natürlich hübsch machen, ne? Ja, also mir ist gesagt worden, hier, da baust du die schönen Tische und alles. Also da sollen die Reichen und die Mächtigen, die sollen da sitzen und dann sieht es da hinten aus wie im Hühnerstall. Dekoration. Ja, da können wir, wenn hier, oder? Den, den hätte ich da hinten gerne. Ja, so irgendwie hier schön, wisst ihr, da hätte ich den, da hätte ich den unglaublich gerne. Also müssen wir warten, bis Geld da ist. So. Wir drehen uns. Da sehe ich einen Zauberer sitzen. Hier. Gundolf der Weiße. Wahnsinn. Hammermäßig. Und dann, wir gehen mal eine Etage nach oben. Okay. Hier wird auch ganz ordentlich und, ne? Und so. Und wenn es möglich ist, dann stellen wir die hier da rüber. Ja? Packen uns die Bar, drehen die genauso wie unten und bauen hier dann die Küche drüber. Ja? Ich finde, das ist, glaube ich, gar keine so dulle Idee. Ich glaube, das kann man machen. Das ist, glaube ich, ganz okay. So. Wir gehen mal eine Etage tiefer. Da gehen die ersten Leute, weil sie zu lange auf ihren Stuff warten mussten. Wir gehen mal hier hin, hier hin, anheuern. Kunden. Hier, Trinkgeld für Essen, Trinkgeld für Getränke. Die kann ein bisschen. Wir nehmen die mal. Anheuern. Können wir überhaupt noch eine Kellnerin? Jo, aber nur noch für oben, glaube ich. Wir gehen mal hier hin. Dann gehen wir hier hin. Und dann, wer war das, die wir da gerade angeheuert haben? Das ist die Elite-Tante. Ich habe keine Ahnung. Wir haben doch gerade... Etage 2, Lilly. Ja, 1 und 2. Also haben wir das jetzt hier schon verdammig. 8, 9, 9, 8. Ja, sie ist auch 8. Aber sie macht mit höherer Priorität. Macht sie Getränke und Essen. Dann mit deutlich geringerer Hotel. Macht sie gar nicht. Läuft. Den machen wir auch weg. Dann haben wir das geschafft. Hervorragend. Und wir werden gar nicht lange rumdubeln. Wir werden direkt in den nächsten Tag starten. Haha. Meinst du? Ja, mit deinem Messerchen. Komm her. Ja, da steht der übergeile... Ja. So. Hier, Abenteurer. Ja, sehr schön. Brauchen wir jetzt aber nicht. Lass die da mal nach oben. So. Ich würde jetzt auch gerne eine Etage nach oben gehen. Dann gehen wir mal hier hin. Und dann würde ich sagen, wir kaufen ein Bierfass. Wir kaufen ein Limonadefass. So. Und dann können wir beides... Können das auffüllen. Wir können... Ja, komm, wir können beide auffüllen. Machen wir jetzt auch. Haben wir ja direkt. So. Und dann... Und dann gucken wir mal. Was haben wir denn da an Barca? So. Der kann vier Getränke. Der kann sechs Getränke. Der unten kann acht. Ne? Nur so... Nur so nebenbei. Ja. Dreieinhalb, dreieinhalb, dreieinhalb. Stimmung sinkt langsamer. Dafür ist er halt auch echt lahm. Hm. Ich würde fast schon sagen, der hier würde ja... Ah, ich weiß nicht. Ich weiß. Der kann auch insgesamt sechs tragen. Nicht tragen. Der hat halt schon schön an Geschwindigkeit. Wir nehmen... Wir nehmen ihn. Wir nehmen Leopold. Leopold ist jetzt hier unser... Ich sitze hier ein anderer. Da ist er. Da ist der Leopold. Hervorragend. Hervorragend haben wir gemacht. Und dann... Genau. Dann kann sie da ein bisschen rum. Ah, da gehen schon wieder Gäste. Nein. Geh mal hier eine Etage nach unten. Mach Pause. Hier hin. Und dann... Welche ist die? Ich glaube, das hier ist die Marion. Geh mal eine Etage hoch. So, zack. Und dann... Stell du dich da mal mit hin. Hopp. Mache. Oh, da gehen sie. Böse. Oh, das sind... Oh, das sind viele. Oh. Oh, das sind viele. Nein, 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 nein. Halt, stopp. Da habe ich Fehler gemacht. Nein. Oh, die Madeleine war das. Die machen nur die zwei. Die machen die eins gar nicht. Ja. Und bei euch machst du... Machst nur die eins. Du machst nur die eins. Und ihr lauft in der Gegend rum. So. Vielleicht funktioniert das ja jetzt besser. Im Menü ist auch schon wieder was aufgestiegen. Hier die Gemüsesuppe. Hervorragend. Level 3 Gemüsesuppe. Da geht was. Und hier werden wir... Oh. Oh, da ist der Tag. Da ist der Tag gelaufen. Wir gehen mal hier hin. Gehen dann auf die Bodentextur. Packen uns diese Bodentextur. Zack, 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 zack. Gehen aufbauen. Und wir hätten gerne... Ich würde sagen... Nein. Ganz normal. Hier die da. So, so, so. Und dann Lower Wall. Und Lower Wall wird das hier. So. Und dann können wir hier... Hier können wir das dann... Von außen wenigstens so aussehen lassen. Als würde da... Als würde da Stein durchgehen. Zack, 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 zack. Was? Ach, da steht die Bar. Okay. So. Das sieht ja so an sich jetzt gar nicht mal so doof aus, ne? Nee, eigentlich. Eigentlich haben wir es nur falsch rum gemacht. Hahaha. Hier, ähm... Gehen wir eine Etage tiefer. So, wir machen es mal so. So. Um... Um die Ecke. Zack. Rum um die Ecke. Da haben wir es. Dann gehen wir ein nach oben. Und nach oben müssen wir das dann natürlich so aussehen lassen. Natürlich. Hier auch. Hier auch. Hier auch. Und hier auch. Natürlich. Und da sind wir einmal komplett rum. Aber ich denke, das sieht so deutlich... Ähm... Upper Wall. Obere Wand. Und das ist so. Oh, das sieht... Das sieht gut aus. Das können wir machen. Wir gehen mal so hin. So rum, so rüber. Äh... Zack. Dreh dich. Denn ich denke, so rein stabilitätsmäßig macht es deutlich mehr Sinn, wenn unten... Oh, da ist es nicht schön. Hier. So hin. Und so hin. Das sieht... Besser aus. Das können wir machen. Einmal so. Dann können wir hier. 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 Der könnte da. Da. Dies und dortens. Und dann können wir einfach direkt... Wir beginnen einfach... Ne, machen wir nicht. Wir gehen mal hier hin. Dann füllen wir alles auf. Dann fehlt uns hier das Weinfass und das Alefass, die wir auch beide aufhüllen. Und dann beginnen wir den nächsten Tag. Sehr schön. Ja, dann haben wir unten stehen dann drei, vier, ne? Ah, ja, 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 ja. Oh, minus 550. Ich hoffe, es kommen genug Leute. Ich hoffe, es kommen ausreichend Personen. Wir brauchen auch unbedingt wieder Erdbeeren. Wir kriegen auch keine Erdbeeren mehr. Das ist total doof. Keine Erdbeeren. Oh, da fehlen Zutaten. Schnell hin. Kein Weizen mehr. Und keine Kohle. Das ist sehr ungeil. So, hier gleich Weizen rein. Hier gleich Obst rein. Sehr schön. Da kommt jetzt ein bisschen Geld zusammen. So, herzlichen Glückwunsch zum Freischalten des Hotels. So funktioniert es. Baue einen Raum. Türe, Fenster. Kaufe ein Bett, Kleiderschrank, Dekorationsgegenstand. Warte auf Gäste, die abends kommen. Okay. Jo, können wir... Können wir da machen. So, im Menü ist irgendwas besser geworden. Und zwar der Erdbeerkuchen. Okay. Haben wir dann... Hier in der Forschung haben wir abgeschlossen. Fasslager. Hotel. Okay. Kleine Hotelmöbel. Und ich würde sagen, hier Küche plus eins. Das erforschen wir jetzt. Da fehlen schon wieder Sachen. Mein Schatz, Kinder. Schon wieder Weizen. Das hier. Das hier. Und den auch noch. Und dann... Haben wir da mal ein bisschen was zusammen. Hier, wir können keine Erdbeeren, ne? Keine Erdbeeren, kein Käse. Ja, aber scheiß Kokosnüsse. Die sind super wichtig. Hey, ohne Kokosnüsse. Du bist ja kein Mensch, wenn du keine Kokosnüsse hast, ne? Das ist ja... Ja, hilft halt nichts, ne? Hilft halt nichts. Können wir so nicht machen. Da verlassen die Leute. Nein, das kann doch nicht sein. Da brauchen wir echt noch mehr Kellnerinnen. Okay, wir brauchen noch mehr Kellnerinnen. So, die hat Level 8. Gewinnt an Erfahrung. Die kann 5. Die kann 5. Die kann 5. Bei der beeinflusst... Ja... Ne, wir nehmen die da. Wir nehmen die da. Anheuern. Wir brauchen noch mindestens eine. Ich würde sagen, wir nehmen... Ich würde sagen, wir nehmen die da. So. Wow. Okay, da ist der Tag schon durch. Da ist das Menü. Oh. Bündchen Schüssel. Ist gestiegen. Hervorragend. Dann würde ich sagen, hier, wir hauen noch mal einen Tag durch. Wir hauen noch mal einen Tag durch. Ja, jetzt kommt... Hier... Sehr gut. Ich glaube, die trinken Ale. Und... Bier. Oh, wir haben gar kein Geld zum... Jetzt haben wir Geld zum Nachfüllen. Okay. Ja, wir haben natürlich... Natürlich ausreichend. So, da haben wir... Ja, Ale und Bier trinken die da. Zack, da können wir dann bitte auch noch mal... Einfach alles einmal nachfüllen, bitte. Okay, dann können wir mal hier hin. Spezial ist es das. Hier ist es. Okay, das ist... Okay, das ist ganz ordentlich. Würde ich sagen, wir drehen das mal... Können wir das nicht umdrehen? Warum kann ich das nicht umdrehen? Ah, jetzt hat... Hier, so rum. So rum können wir es umdrehen. Dann können wir es nämlich auch... Ich würde sagen, dann können wir es auch hier hinstellen. Ist dem richtig? Dem ist, glaube ich, richtig. Wenn wir es hier hinstellen, dann können wir hier hingehen. Bauen. Zack. Hier, hier, hier. Und dann hier. Und dann hier. So. Okay. Das sieht ganz cool aus. Ich glaube, das kann man machen. So, den können wir dann auch mal hier... Einmal drehen, da hin. Oder? Ich glaube, wir können den mal auf die Seite stellen. Dann können wir den hier hin. Dann kannst du dich hier... Hier. So. Dann können wir dich hier hinstellen. So. Bestimmungsweise hier hin. So. Jetzt, glaube ich, haben wir es, oder? So sieht doch an sich eigentlich ganz, ganz toll aus. Das kann man... Kann man doch machen. Den kann man da nicht mehr hinstellen. Nein, der... Leider geht das da nicht. Schade. Egal. So, hier macht zu. Wie sieht es aus? Können wir... Ja, wir können Erdbeeren sammeln gehen. Du und du... Oh. Oh, da braucht man 50. Okay, dann... Du und du... Ja, komm, du und du, dann... Haben wir das. Und, ähm... Ja, ich weiß gar nicht. Bohnen wären das nächste. Die können wir jetzt aber auch nicht. Ähm... Ähm... Dann... Straße sichern. Ja, komm, oder Straße sichern. Ja, hau rein, komm, Straße sichern. Zack. Hab, haben wir auch. Und dann sind die unterwegs nach draußen. Da müssen natürlich auch noch Dekorationen an die Mauer. Selbstverständlich. So, wie sieht es hier aus? Ähm... Hier auf alle Fälle das da auffüllen. Das da auffüllen. Ähm... Raus. Eine Etage höher. Hier hin. Das auffüllen. Das auffüllen. Okay, das funktioniert. Ja, komm, das geht. Das geht. Das geht. Das... Das funktioniert. Hm. Das kriegen wir ganz gut hin. Da haben wir auch ein bisschen was. Jetzt heute ein bisschen was von den Goldenen gekriegt. Läuft. Dann können wir hier hin. So. Dann waren das die Goldenen. Was können wir dann am Montag? Können wir dann... Hm. Den... Oh. Können wir nochmal. Okay, dann am Montag das hier. Und am Donnerstag... Ähm... Jo, haben wir nicht. Also... Erstmal nichts. Zack. Haben wir. Läuft. Eine Etage tiefer. Da sind auf alle Fälle... Die sind auf alle Fälle voll. Nochmal hier hoch. Da stehen... Drei. Mehr gehören da aber auch nicht hin, ne? Nope. Ja, okay. Ähm... Hier. Oh, da haben wir. Wow. Henry, der kocht. Dann hier. Okay. Fishsteak vorbereiten. Also wir einen Tag lang nur Desserts. Ja, nein. Erstmal nicht. Okay. Dann haben wir das, das, das. Ähm... Wir müssen hier hin. Wir müssen hier hin. Dekoration. Nein. Spezial. Nichts Dekoration. Spezial. Ähm... Hier hin. Ja, wohl. Und vor allem... Dreh. Da haben wir schon einen. Aber wir wollen den... Hier... Hier wollen wir noch einen haben. Hier. So. Absolut hervorragend. Küche hätten wir. Spiele kriegen wir noch nicht. Da wären jetzt natürlich Betten. Ja, da... Okay, da kannst du dann also auch richtig, richtig Kohle drin versenken. War ja auch mal schön, ne? Oh, da sollten wir vielleicht... Hihi. Äh... Hier Bodentextur. So. So. Ja. Ähm... Hier. 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 Und dann zack, zack. Jawohl. Und dann können wir mal gucken, ob wenn wir hier hingehen auf... Spezial können wir den hier... Den können wir dann schon mal drehen. Hier. Und dann können wir den da hinten reinklatschen. Das sieht an sich ja schon mal ganz toll aus. Ich glaube, eine weitere Etage können wir noch nicht draufsetzen. Oder? Also... Oh, hier müsste man das dann... Beziehungsweise so. Ja, weil... Hier geht ja nicht... Hier würde gehen. Müsste der aber einen weiter nach hinten. Wir machen das mal weg. Ähm... Geht das nicht? Hier, doch. So geht's. Wenn man den... So. Und dann kann man den... Könnte man dann da ransetzen. Okay. Und dann können wir dann... Ne, können wir nicht. Also... Es ist schön, dass wir das schon mal vorbereiten können, aber... Machen können wir es nicht. Wir bereiten das jetzt aber mal vor. Sieht ja ganz gut aus. Und dann würde ich sagen, wir springen direkt zum nächsten Tag. Hep. Mache. Wo lauft ihr beiden hin? Als ob die hier weg dürften. Die sind ja niedlich, die beiden. Hier gibt's Käse. Hier gibt's Pilze. Hier gibt's Fleisch. Hier gibt's Nüsse, aber wir brauchen nichts davon. Nichts davon brauchen wir. Also müssen wir jetzt gucken, dass wir ein bisschen Geld reingespült kriegen in die Kassen. Die Forschung läuft ja tatsächlich auch relativ gut. Ja. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Wenn ich ehrlich bin. Und da gibt's dann schon eine neue Etage. Schaut euch das an. Ja, da gibt's dann schon Etage 3. Da kann man dann theoretisch, ne? Wenn man denn wollte. Okay, wir können hier. Hier, hier. Okay, jetzt funktioniert das hier auch. Gehen wir den hier. Einen nach außen. Hier rüber. Hier. Hier. Okay, haben wir. Dann hier und hier. Lower Wall. Der da. So, einmal von der Seite und einmal von der. Haben wir. Bodentextur. Boah. Sieht natürlich schon premium mäßiger aus. Machen wir mal so. Dann drehen wir das. Dann gehen wir hier hin. Schubsen. Schubsen den. 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 Und den. Einen weiter. weiter. Außerdem natürlich. Die hier. Hier. Die hier alle. Klar. Ja, ich weiß. Ich muss das da an die Mauer platzieren. Alles ist gut. Hier und hier. Haben wir. Und dann gehen wir hier aufs Baumenü. Bauen. Mauern. Niederreißen. Nicht genug Kohle, weil nur noch ein Geld. Geld. Okay. Zack. Aber jetzt. Können wir uns das leisten. Bodentexturen. Die sind ja glücklicherweise. Gratis. Haben wir. Haben wir. Haben wir auch. Okay. Das sieht. Das sieht. Definitiv. Okay. Dann möchte ich einmal bitte hier hin. Den. Möchte ich. Verkaufen. Dann. Hier hin. Den. Möchte ich. Bitte. Hier hin. Hier hin. Den. Möchte ich. Bitte. Hier hin. Stellen. Und. Dann. Können wir wieder weiter laufen. Lassen. Wow. 438 Personen. Pro. Tag. Hammermäßig. Absolut. Hammermäßig. Sieht. Gut aus. Sieht. Absolut. Gut aus. Kann man so machen. Mir gefällt übrigens die Form hier unten. Ja. Ich werde die auch so lassen. Ich werde die so lassen. Weil ich finde das sieht. Das sieht gut aus. Ja. Mir gefällt das sehr. Da haben wir den. Da haben wir den. Da müssen wir dann auf alle Fälle hier drüben. Spezial. Hier hin. Hier. Muss auf alle Fälle noch einer ran. Würde ich sagen. Und. Ja. Das geht aber eigentlich relativ gut. Also. Ja. Vielleicht dass man hier noch einen rein schiebt. Oder. Beziehungsweise dann hier so auf den so. Also so. Ah. Ich weiß nicht so. Ja. Komm. Schiebe ihn rein. Was soll's. Was soll es. Das passt. Da wird keiner davon hinkommen. Das sieht auch okay aus. Lichter. Dieser hier. Hier oben drüber. Über diesen Eimer. Wie sieht das aus. Das sieht richtiger aus. So. So. Okay. Tatsächlich mitten in den Eimern. So. Hervorragend. Dann ist da hinten ein ganz kleines Feld. Ohne. Läuft. Das sieht so an sich doch ganz. Ganz spitze aus. Wie geht's dir? Wie schaut's denn hier aus? Können wir da? Da können wir da auch nochmal. Schau mal hier. Und hier. Und dann hier hin. Dekoration. Dekoration. Hierher. Zack. Zack. Weg damit. Hier hin. Der da. Hepp. Hepp. Haben wir. Sieht besser aus. Das gefällt uns. Jawohl. Wow. Jetzt kommt da auch nochmal Geld ein bisschen. Sieht auch alles viel heller aus. Viel freundlicher. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Und unsere Baden müssten wir auch. Vielleicht können wir hier nochmal her und dann Lichter das da so. So vielleicht. So vielleicht. Ja. Ich würde sagen so setzen wir da noch einen hin. Dann. Sind die Baden auch ein wenig im Lichte. Oder ein wenig mehr im Lichte. Das ist auch mal ganz schön. Schön. Aber was könnten wir. Eine Erdbeere. Eine. Geht hier hin. Achso. Tag ist zu Ende. Ja. Verdammt. Okay. Dann haben wir das soweit. Aber meine Lieben. Dann würde ich sagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen. Was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Bis dahin. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.